Hi, hallo Dresden. Wir sind jetzt hier in Dresden. Wir haben einen tollen Nachmittag hinter uns gehabt. Der Bus der Meinungsfreiheit, zweiter Tag war bis jetzt absolut der beste Tag. Ein tolles Wetter, toller Empfang. Viele Dresdner waren hier und wir diskutieren hier schon seit drei Stunden mit ganz vielen Leuten. Auch mit Leuten, die eigentlich gegen uns sind oder waren. Und wir haben super Gespräche gehabt und das ist genau das, was wir wollen. Deswegen fangen wir rum. Acht Tage, acht Städte mit unserer Botschaft. Stoppt die Sexualisierung der Kinder in den Kinder- und Tagesstätten und Schulen. Und ja, es hat sich gelohnt, nach Dresden zu kommen. Danke Dresden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.